Hinter den Wolken Wintersterne blinzeln mir zu, Venus verschwindet im Nordwesten, der Mond klettert über Saturn, meine Füße berühren das Gras auf der Düne, und ich grüße Mars morgens um vier. Das war das Gedicht Hinter den Wolken, geschrieben von mir. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo! Morgens um vier bin ich zu meinen wildesten Zeiten gerade mal ins Bett gegangen. Also letzte Woche. Ah, das machst du, wenn ich nicht hingucke. Naja, früher aufsteher bin ich aber auch nicht. Ah, dann weiß ich ja jetzt, woher ich es habe. Weil. Was ist ein Weil? Ja, also da gibt es eine Story zu natürlich. Ich habe mal aus meinem Fenster beobachtet, wie ein Nachbar sein Motorrad zum Laufen bringen wollte. Und dann kam ein Fußgänger vorbei, sah das und rief ganz laut, wild. Dann hat er sich aber kurz geschüttelt und sagte, ach, ich wollte ja eigentlich sagen, wow, geiles Motorrad. Also, ja, er hat die zwei Wörter im Kopf vermischt. Oh Mann, also dann wurde wow und geil zu wild. Ja, genau. Aber ich kenne das selbst auch. Also, ich wollte schon mal cool und zeitgleich geil sagen und daraus wurde dann ghoul. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, gut, aber das scheint wohl ein bekanntes Phänomen zu sein. Also, ich habe es so nebulös im Kopf, als dass ich mal irgendwann gelesen habe, wenn ich mich recht erinnere, dass Sprachwissenschaftler solche Versprecher klasse finden. Ja, das ist also Forscher der Goethe-Universität in Frankfurt sammeln, also diese Verhaspler. Und inzwischen haben die wohl, soweit ich das jetzt noch weiß, meine ich, es werden so 8000 Versprecher seit den 1980er Jahren, haben die gelistet. Und die sammeln die deswegen, weil sie dadurch Rückschlüsse daraus ziehen können, wie das Gehirn funktioniert und arbeitet. Ah, ja, sie meinen an. Ja, ja, finde ich total interessant. Kennst du eigentlich noch mehr solcher Versprecher? Ja, also in der Familie gab es schon einige Knaller. Aus Bild zu Kaffee und einen Keks wurde Kaffix. Ja, es ist immer noch so ein Running Gag. Kaffix. Ja, hör bloß auf, wurde zu hörblauf. Ja, oder aus den beiden Wörtern entstellt und verstümmelt, wurde dann einfach entstümmelt. Ja, und statt das Telefon trillert, daraus wurde dann Trillafon, also was ganz Neues. Ja. Oder statt Viagra, jetzt muss ich aufpassen, das richtig zu sagen, wurde Viagara. Oh, das sind ja eigentlich schon Neologismen, also Wortneuschöpfungen. Das stimmt. Ja, aber so klassische Versprecher habe ich auch noch in petto. Zum Beispiel mit einem Grab im Bein. Oder auch sehr schön war mal, sie hat den Mann des Namens angenommen. Oder einmal, statt Räuber und Gendarm, knallhart, Räuber und Bandage. Ja, und bei mir war letztens auch ganz schön, da habe ich von der Karolinenbombe erzählt. Ja, super. Ja, oder einmal, das ist auch eine richtig tolle Story, da habe ich im Duden nach Synonym für Flirten nachgeschlagen. Da habe ich so geguckt, was gibt es da vielleicht? Und unter anderem stand da Turteln. Ja, und hä? Was heißt das? Ja, er kennt es nicht Turteln. Nö. Ja, dann kam raus, ich hatte mich verlesen, gemeint war Turteln. Oh Mann, ja, klar. Ja, Turteln kennt man ja, sie Turteln. Naja, aber ich meine, bei den ganzen Anglizismen kann man aber auch durcheinander kommen. Ja, das stimmt. Also da fällt mir noch eine Geschichte zu ein. Neulich hat mir ein Bekannter erzählt, dass er mit seiner Frau einkaufen war. Und in den Geschäften überall Schilder mit Sale gesehen hat. Aha. Ja. Sale. Ja, voll cool. Ja, und er ist halt total frankophil und spricht auch fließend Französisch. Und deswegen, meinte er zu der Verkäuferin, gibt es bei Ihnen eigentlich auch Kleidung, die nicht schmutzig ist? Hä, verstehe ich nicht. Aber ich muss auch zugeben, dass mein Französisch nicht besonders gut ist. Ja, liegt doch auf der Hand. Also, Sal bedeutet auf Französisch schmutzig. Ja. So dreckig, schmutzig. Und er hat halt nicht verstanden, dass da Sale mit gemeint ist. Also aus dem Englischen so im Angebot. Ah, ja, 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 klar. Ja, und da sind wir natürlich wieder bei diesen Anglizismen, also Wörter, die wir aus dem Englischen übernehmen. Zum Beispiel, was mir unheimlich oft auffällt, wird dann immer gesagt oder häufig gesagt, höre ich wirklich sehr, sehr, sehr oft, es macht Sinn. Und eigentlich kennt das das Deutsche gar nicht. Korrekt heißt es ja, es ergibt Sinn oder es ist sinnvoll. Ja. Es macht Sinn, ist wortwörtlich aus dem Englischen übersetzt und heißt dann, it makes sense. Und lustig ist dann auch, dass dadurch aber auch die Satzstellung durcheinander kommt. Ja, also was meinst du jetzt genau, wie die durcheinander kommt? Ja, mal als Beispiel ein Satz. Das Wetter ist schlecht, weil es regnet den ganzen Tag. Diese Satzstellung ist damit im Deutschen falsch. Ja. Es muss ja heißen, das Wetter ist schlecht, weil es den ganzen Tag regnet. Genau, stimmt. Du hast recht, fällt mir jetzt gerade auf, das ist ja wirklich eins zu eins aus dem Englischen übersetzt, denke ich mal. Weil da würde es ja heißen, the weather is bad because it rains all day. Und wenn man das weil jetzt zum Beispiel gegen ein denn austauscht im Deutschen, dann ist die deutsche Satzstellung aber wieder korrekt. Oh, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also das heißt, das Wetter ist schlecht, denn es regnet den ganzen Tag. Ja. Ja, stimmt. Apropos schlechtes Wetter, dann kann man ja eigentlich den ganzen Tag schlafen. Oh ja. Und wir waren ja gerade auch bei unseren Schlafgewohnheiten. Und jetzt haben wir irgendwie da auch ein bisschen den Faden verloren, sind wir davon weggekommen. Lass uns mal darauf zurückkommen, was mich nämlich interessiert, sind Schlafgewohnheiten eigentlich vererbbar. Hm, keine Ahnung, gute Frage. Und ich schaue mal schnell ins Internet. Ja, deine Generation hat es gut. Wir mussten immer Lexika wälzen, wenn wir was wissen wollten. Und dann haben wir auch noch nicht immer das Richtige gefunden. Das war früher immer sehr, sehr mühsam. Ja, ich habe ja in der Zwischenzeit was gefunden. Ich habe mal schnell geguckt im Internet. Laut einer aktuellen Studie ist das Schlafbedürfnis tatsächlich genetisch festgelegt. Ah, siehste. Sag ich doch. Ja. Ja, also hier steht, auch wenn manche Menschen von selbst früh am Morgen aufstehen, während andere nicht vor Mitternacht einschlafen können, brauchen Menschen im Durchschnitt zwischen sieben und neun Stunden Schlaf. Ein paar wenige kommen auch mit vier Stunden aus. Ja, also ich brauche zwölf Stunden. Ja, würde ich auch immer am liebsten schlafen, aber leider werde ich oft so um fünf oder sieben Uhr wach, egal wann ich ins Bett gegangen bin. Ach echt, wieso? Also, keine Ahnung, vielleicht wegen des Alters, ich weiß es nicht. Das ist aber nicht schön zu hören. Und ich sehe hier gerade noch was. Die haben bei der Studie auch zwei Gene identifiziert, die offenbar Einfluss darauf haben, ob wir Nachtäulen oder Frühaufsteher sind. Aha, interessant, interessant, ja. Ja, wollte ich dir jetzt nicht vorenthalten. Kennst du eigentlich, was mir da so gerade so durch den Kopf schießt, Beispiele aus der Kunst, die sich mit Schlafen beschäftigt? Ja, also ich als Kunsthistorikerin kenne natürlich das ein oder andere. Ja, jetzt habe ich meine Haare schwungvoll über die Schulter geworfen, aber das kann ja hier leider niemand sehen. Nee, das können unsere HörerInnen nicht sehen. Genau, und ich habe tatsächlich ein eher düsteres Beispiel zu diesem Thema. Das ist nämlich das Bild Nachtmall von Johann Heinrich Füßli. Ah, okay. Das ist aus dem Jahr 1790 und gilt als Sinnbild der schwarzen Romantik. Schwarze Romantik? Puh, das kenne ich gar nicht und hört sich auch irgendwie so gruselig an. Ja, ist auch gruselig tatsächlich. Also die Hauptmotive sind das Böse, Fabelwesen, Tod, aber auch Sexualität. Also, um es mal kurz zu machen, man könnte sagen, die schwarze Romantik ist ein Vorläufer unserer Horrorfilme. Hey, das finde ich aber echt mal interessant. Mhm. Aber was mich jetzt auch noch interessiert ist, wie sieht das Bild überhaupt aus? Ja, also da sitzt ein Dämon auf einer Frau und grinst hämisch und zufrieden. Die Frau dagegen liegt ausgestreckt und offenbar auch schlafend auf einem Sofa, deswegen passt das zu dem Thema auch Schlafen und sieht aber aus, als hätte sie einen Albtraum. Und zwischen den Vorhängen im Hintergrund schaut ein Pferd mit geblendeten Augen auf diese Szene. Also, geblendete Augen meinst du damit, das Pferd ist blind? Mhm, also es hat auf jeden Fall weiße Lichtflecken als Augen, die so richtig leuchten, die den Betrachter anleuchten. Mhm, und wie passt dieses Motiv zur schwarzen Romantik? Ja, ich habe ja eben gesagt, dass eines der Hauptmotive Sexualität ist und dieser Dämon bringt laut Volksmund Lustträume. Mhm, hört sich ja spannend an. Ja. Sag mal, aber weißt du jetzt auch noch, wo das Bild hängt? Ja, also es gibt verschiedene Versionen davon. Aber das Bild, das ich jetzt meine, ist im Frankfurter Goethe-Haus zu sehen. Ah, okay. Aber weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Nee. Was hältst du davon, wenn wir eine Kunstrubrik machen? Ach ja, das ist doch, klingt super. Ja, also jetzt ab der nächsten Folge, also dann würde ich mal so vorschlagen, also wenn du damit einverstanden bist, suche ich Bilder oder Skulpturen aus und du musst darüber reden und sie vorstellen. Ja. Du bist ja schließlich die Kunsthistorikerin in der Familie. Genau. Und da bist du doch prädestiniert dafür und dann lass uns doch mal nächste Woche starten. Ja gut, dann gehe ich mich jetzt mal vorbereiten. Ach. Okay. Bis neulich. Glück auf. Tschüss.